Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und ihr hört eine neue Folge von unserem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Weiblingen. Ja Leute, lange ist es her, gefühlt Monate, aber jetzt ist er endlich wieder am Start. Mein geschätzter Kollege Danny Gallm. Danny, du bist wieder da. Grüß dich, herzlich willkommen. Simi, servus. Ich habe gerade mit zuenen Augen deinem Intro zugehört. Wir reden über den VfB und ja, es ist wahr, wir reden endlich mal wieder on-air über den VfB. Sensationell. Sensationell. Danny, du warst gefühlt acht Wochen im Urlaub. Ich hoffe, du hast die Zeit genossen an alle da draußen. Ihr wisst, wir hatten einige Gäste, einige spannende Gäste, Hochkaräter hier bei uns im Podcast, während Danny nicht da war. George Moisides vom Kicker, Dennis Bayer, 177. Ron Mertz, Blogger, Podcaster und was auch sonst noch er alles macht. Also Danny, die Latte liegt ziemlich hoch. Du warst jetzt weg, du hast viel verpasst. Der Podcast ist durchgestartet, auch ohne dich. Aber ich muss ehrlich sagen, mit dir ist es am besten und ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe richtig Lust, mit dir aufzunehmen. Ja, ich auch. Simi, ich auch, weil ich habe das, ich habe mich ja das super gefreut, dass du da in der Zeit so viele super Gäste bekommen hast. Und ja, aber irgendwie, ich habe so heute morgen, habe ich mir so gedacht, ja, auch schön, dass wir beide mal wieder, wieder quatschen. Super. So muss es sein. Das Traum, du bist wieder vereint quasi. Und ja, wie immer, wie wir es jedes Mal vor jeder Folge machen, ganz kurzer, schneller Überblick über die Themen, die wir heute abrattern möchten im Podcast. Themenblock 1, wir blicken natürlich zurück auf die ersten drei Spiele. So ein kleines Fazit möchten wir ziehen. Wir blicken natürlich dann auch auf die Verletzungen, die passiert sind. Wir blicken auf den Transfermarkt, was da noch passiert ist quasi in den vergangenen Wochen. Wir müssen auch über die Länderspielpause sprechen, die jetzt uns ja quasi letzte Woche einen freien Donnerstag beschert hat oder einen freien Freitag wie heute eben. Und wir blicken natürlich voraus auf das Spiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt, Auswärtsspiel. Schweres Spiel, Danny, darüber möchte ich mit dir sprechen. Vier Themen, vier Themenblöcke, die echt interessant sind. Danny, bist du bereit? Dann lass uns doch einfach starten, oder? Schieß los. Schieß los, perfekt. Ja, wie gesagt, Danny, du warst im Urlaub. Du hast die ersten drei Spiele des VfB verpasst. Ich war im Einsatz für den ZVW und habe über die Spiele geschrieben. Hand aufs Herz, du warst im Urlaub, du wolltest abschalten. Hast du die Spiele verfolgt? Hast du was mitbekommen? Nee, während meinem Urlaub nicht. Als ich dann wieder angefangen habe, im 1. September, glaube ich, war mein erster Arbeitstag oder auch schon ein bisschen davor, da habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen und quer gelesen und ein paar Zusammenfassungen geschaut. Aber die Spiele aktiv verfolgt, das mache ich nicht, aber das muss immer jeder für sich entscheiden. Aber mir hilft es ungemein zum Abschalten, dass ich das dann auch, ich lese dann da nichts zum VfB oder auch kein Allgemein. Bundesliga tankiert mich dann nicht. Andernfalls kann ich meine Birne irgendwie nicht gut abschalten und deswegen kann ich jetzt keine dezidierte Analyse zu den ersten drei Saisonspielen abgeben. Ich habe das natürlich alles gelesen, was da geschrieben wurde von Tia Simi und auch von den Kollegen und die Zusammenfassung mir angeschaut. Und ja, irgendwie bin ich ja total ratlos, weil da hat man dieses Feuerwerk gegen Fürth, der 5-1-Sieg, dann eine Klatsche in Leipzig, dann ein total verbänder Start gegen Freiburg. Also so richtig, wo sie stehen, ist mir noch nicht klar. Hast du da eine bessere Antwort drauf? Nein, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, du triffst es auf den Punkt. Ich bin auch so ein bisschen unentschlossen, wie ich die ersten drei Spiele oder generell den Start einschätzen soll. Ich meine, wir dürfen das Pokalspiel natürlich auch nicht vergessen, wo sie ja souverän gegen BFC Dynamo weitergekommen sind. Klarer Sieg, dann dieses klare 5-1 gegen Fürth, wo ich ja auch im Stadion war. Da habe ich auch gedacht, boah, also mit so zwei deutlichen Siegen zum Start hätte ich nicht gerechnet. Und ich hatte das Gefühl schon so ein bisschen, Oh, Höhenflug. Also jetzt nicht bei der Mannschaft oder so, sondern generell. Ich hatte auch das Gefühl, das läuft besser als erwartet. Und dann kam direkt der Nackenklatscher in Leipzig. Also das waren für mich so zwei Welten, die ich da gesehen habe. Und wenn man das eher so ein bisschen fußballromantisch betrachten möchte, haben mir diese ersten zwei Spiele in der Bundesliga gezeigt, dass der Fußball schon lange nicht mehr der Fußball ist, den ich früher geliebt habe quasi. Weil die Schere in der Bundesliga, die geht so krass auseinander. Fürth war quasi wirklich eine andere Liga als der VfB. Und ich dachte schon, boah, also die Lücke zwischen Fürth und Stuttgart, die ist riesig. Also bei Fürth ging ja gar nichts, bei allem Respekt für die Vierter. Aber dann das Leipzig-Spiel, da war auch eine Liga dazwischen. Und die war genauso groß wie die Lücke zwischen Fürth und dem VfB. Und genauso groß war die Lücke zwischen Leipzig und den Stuttgartern. Also die Schere in der Liga geht immer weiter auseinander. Der VfB hat seinen Platz noch nicht richtig gefunden. Leipzig war zu stark, Fürth war zu schwach. Und deswegen war ich ganz besonders erfreut auf dieses dritte Spiel eben gegen den SC Freiburg. Weil für mich so klar war, das ist das Spiel, wo zum ersten Mal ein Gegner auf Augenhöhe kommt, der in der vergangenen Saison in der gleichen Tabellenregion ungefähr platziert war. Auch Traditionsverein aus Baden-Württemberg jetzt kein Derby, aber zumindest mal ein Baden-Württemberg-Duell. Und das war für mich so ein bisschen das Spiel, auf das ich am meisten geachtet habe. Wo ich dachte, okay, jetzt kriege ich das erste Mal so einen Eindruck, wo der VfB stehen könnte. Aber auch das Spiel hat mich enttäuscht. Nicht spielerisch oder auch nicht vom Ergebnis her, sondern auch das Spiel macht mich nicht schlauer, weil der VfB die Anfangsphase komplett verpennt hat. Freiburg hat schnell 3-0 geführt. Und dann hat Freiburg aber auch, so ehrlich muss man sein, aufgehört Fußball zu spielen und hat den VfB kurz vor der Pause nochmal rankommen lassen auf 2-3. Die Stimmung war da, also das Stadion ist explodiert. Und es war richtig geil, mal wieder mit Fans im Stadion bei so einem Spiel dabei zu sein. Aber in der zweiten Halbzeit, trotz Überlegenheit und trotz richtig viel Druck nach der Pause, kein Tor mehr gemacht, keine Torchance richtig mehr kreiert. Also das Spiel lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück, weil es auch eben zwei Gesichter waren. Die erste Halbzeit mit dem verpennten Start, dann dieses furiose Aufholjagd kurz vor der Pause und dann die zweite Hälfte. Also Danny, ich mache es kurz, ich labere schon wieder komplett zu. Ich weiß nicht, wo der VfB steht. Ich tue mich nach wie vor schwer, den VfB einzuschätzen. Die ersten zwei Spiele waren wirklich Licht und Schatten und das dritte Spiel war genauso Licht und Schatten. Also ich tue mir ultra schwer, den VfB einzuschätzen. Das Einzige, was ich mir sicher bin, es gibt schlechtere Mannschaften als den VfB. Und wenn der VfB so weitermacht, glaube ich nicht, dass er was mit dem Abstieg zu tun hat. Das ist zumindest mal die Prognose, die ich wagen würde. Ja, da würde ich sogar auch mitgehen. Du hast, glaube ich, in unser Themensheet geschrieben, Fazit nach den ersten drei Spielen nichts verloren. Aber es ist so ein bisschen Druck da. Und genau so schätze ich die Lage jetzt eben auch ein. Also nach drei Spielen kann man einen Saisonstart noch nicht beurteilen. Das ist einfach nicht so. Nach drei Spielen ist auch eine Tabelle noch nicht aussagekräftig. Aber und jetzt auch durch diese Situation mit dieser Länderspielunterbrechung jetzt relativ früh in der Saison ist es einfach schon so, dass man jetzt merkt, ja, jetzt werden ein bisschen so die Weichen gestellt. Also jetzt die nächsten zwei Spiele sind, habe ich, Frankfurt und Leverkusen. Wenn man da beide verliert, dann hängt man erst mal unten drin. Das ist klar. Wenn man da gut durchmarschiert und nochmal Punkte sammelt, dann bleibt man gefestigt. Und letztlich sehe ich es wie du. Was man auch so in der Liga insgesamt gesehen hat, ist das Ziel Klassenverbleib für den VfB Stuttgart absolut realistisch. Das wird eine schwere Herausforderung. Und das liegt vor allem daran, diese Verletzungsthematik. Also ich bin ja quasi gegangen, da war alles noch da. Karlajic, Co und Co. Und ich komme wieder und muss mir erst mal umschauen und sehe auf einem Sturm irgendwie nur noch Hamadi Al-Gadoui stehen. Also eine ganz drastische Situation, gerade in der Offensive. Aber meiner Meinung nach, vielleicht siehst du es anders, war das jetzt nicht der Grund dafür, dass man dann da irgendwie jetzt zum Beispiel das Spiel dann gegen Freiburg so verpennt angegangen hat. Da hat sich ja, Karlajic war ja im Leipzig-Spiel, hat er sich verletzt, Mosanko im Viertespiel. Aber dennoch haben diese Verletzungen natürlich ihre Spuren hinterlassen. Das ist ja ganz klar. Und deswegen musste ja auch Sven Mislintat nochmal nachlegen. Wie hast denn du eigentlich so den Transfer-Endspurt dann wahrgenommen? Da war ich nämlich auch noch im Urlaub. Das lege ich nämlich immer bewusst. Wenn es möglich ist, versuche ich immer diese Deadline-Day-Phase zu überspringen, weil mir das sowas von auf den Geist geht. Und ja, VfB hat er noch zweimal zugeschlagen. Aber kam es überraschend? Oder hast du gedacht, sie greifen eher in ein anderes Regal? Stichwort Poyampalo, Ginzek oder so. Jetzt sind es zwei Junge gewonnen. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, also zuerst mal, Danny, man merkt, du hast nicht gefehlt. Dir ist die Überleitung jetzt zum zweiten Themenblock perfekt gelungen. Verletzungen und Transfers. Ja, also ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen bei den Transfers, die der VfB jetzt noch getätigt hat. Um das mal vorne wegzuschieben, die Transfers, die getätigt wurden. Ich denke da natürlich an Wahid Fagir, natürlich an allererster Stelle junger 18-Jähriger, hochtalentiert. Passt perfekt ins Profil des VfB. Das sei mal wirklich dahingestellt. Das ist ein klassischer Misslinter-Transfer. Andere Vereine waren an dem jungen Stürmer dran, der ja auch bei der U21-EM gegen die Deutschen getroffen hat. Damals war es, glaube ich, im Viertelfinale, Halbfinale, bin mir nicht mehr sicher. Das ist ein klassischer Misslinter-Transfer. Der passt super zum VfB. Superspieler, riesen Potenzial, entwicklungsfähig, ohne Ende. Aber, du hast es gerade angesprochen, die Verletzungen, Kalajdzic, dann natürlich Mosanko. Jetzt ist gefühlt nur Al-Gadou hier vorne im Sturmzentrum. Ich hätte mir so eine unkomplizierte Lösung gewünscht, à la Pojampalo. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der VfB ist stark verjüngt. Die haben Castro abgegeben, die haben Kobel abgegeben, wichtige Führungsspieler. Und dann in so einer Phase, wo wichtige Spieler in der Offensive verletzt ausfallen, hätte ich mir einen untypischen VfB-Transfer gewünscht. Ich kann nachvollziehen und ich finde es auch gut, dass Misslinter bei seiner Linie bleibt und dass er eben nicht nur an die nächsten Monate, sondern an die nächsten Jahre denkt. Natürlich finde ich das gut, aber ich denke, dem VfB hätte ein Stürmer geholfen in der jetzigen Situation, der sofort hilft. Kann natürlich auch sein, der VfB straft mich lügen und Wahrheit Fagir macht in den nächsten drei Spielen vier Kisten, wovon ich jetzt noch nicht ausgehen möchte oder es hoffen möchte, aber ich es nicht glaube. Aber für mich wäre ein gestandener Stürmer in der jetzigen Situation und das ist Oma Mamouche einfach nicht. Der 22-Jährige, der von Wolfsburg auch kam, das ist er nicht. Ich hätte mir einen gestandenen Stürmer gewünscht, weil die Situation das hergegeben hätte. Und ich dachte, Misslinter macht mal einen untypischen Transfer, weil so ein bisschen, ja, man muss dann halt mal, irgendeinen Tod muss man sterben und eine Laie zum Beispiel für ein Jahr jetzt, wie es bei Mamouche der Fall ist, hätte man ja auch mit Poyampalo machen können. Ich habe auch mal gehört, Gincek war mal irgendwie Thema, der ja auch mal beim VfB war. Sowas hätte ich mir eher vorgestellt und sowas hätte ich mir eher auch gewünscht, weil ich dachte, die sofort Hilfe tut dem VfB besser als so ein junger, talentierter Spieler, der jetzt wieder in Anführungszeichen nur Potenzial hat und wo nicht ganz klar ist, wie er einschlägt. Oder gehst du damit oder sagst du nicht? Ich gehe voll dagegen, einfach damit es ein bisschen spannender wird. Ich finde es zum einen richtig und wichtig, dass der VfB auch in so einer Drucksituation auf dem Transfermarkt, ja auch da gibt es nämlich Druck, seiner Linie treu bleibt. Und ich bin auch der Meinung, dass du, hättest du jetzt den Poyampalo geholt, du holst dir nie eine hundertprozentige Sicherheit, dass der einschlägt und 10, 15 Tore macht. Und bei Omar Mamouche habe ich mir sagen lassen, der Ägypter letztes Jahr bei FC St. Pauli in der zweiten Liga aktiv. Der war da einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der Beste. Also der bringt schon auch einiges mit. Das ist jetzt, wir denken immer an diesen Kategorien, Soforthilfe, so gestandener Bundesligaspieler irgendwie. Der Junge hat jetzt da eine super Zweitligasaison gespielt. Warum soll das nicht auch in der Bundesliga funktionieren? Ich sehe deinen Punkt, ich respektiere den auch, aber ich sehe das große Ganze und finde es da nur richtig, dass Sven Mislint hat, Thomas Hitzlsperger und auch Pellegrino Matarazzo, die ja in diese Entscheidungsprozesse immer involviert sind, dass sie da ihren Weg nicht verlassen, weil den Weg mit gestanden in Spielern und so weiter, den hat man beim VfB des Öfteren schon mal versucht zu gehen. Das hat nie funktioniert. Und jetzt ist man eben gerade auf dieser Schiene, nenne ich es jetzt mal, mit den jungen und entwicklungsfähigen Spielern. Und ich finde es einfach gut, dass man da sich nicht so treiben lässt und dass man einfach sagt, wir vertrauen zum einen unserem Kader und wir vertrauen zum anderen auch diesen Neuzugängen. Und darüber hinaus, wir vertrauen darauf, dass Spieler wie Sascha Kalajdzic, wie Silas, dass sie einfach wieder zurückkommen und auch wieder auf ihr Niveau kommen. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Wir werden es beobachten, wie sich es in den nächsten Wochen entwickelt, ganz klar. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber natürlich nie. Natürlich, wenn du einen Lionel Messi holst und den da reinstellst, da wird der mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit funktionieren und auch treffen. Aber bei allen anderen Spielern ist es halt immer ganz, ganz schwierig, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Bleibt er gesund? Ist er fit? Wie integriert er sich in die Mannschaft? Wie wird er aufgenommen? Wie passt er zum Spielsystem? Und von dem her, mit Blick auf das große Ganze beim VfB, war ich ja ein bisschen überrascht, weil mir die Namen nicht sofort parat waren von den Spielern. Gerade bei Fakir kam er dann schon, ah, er hier, der war ja bei der U21 Euro am Start und so. Aber dass der Misslinn in dieses Regal greift, das hat mich wiederum dann nicht überrascht, weil der Mann, der steht zu seinen Prinzipien und der zieht es auch durch. Und das finde ich gut, das imponiert mir und ich würde es ihnen deshalb wünschen, dass es funktioniert einfach, dass sie diese Bestätigung bekommen, wir gehen hier einen Weg, wir gehen den konsequent, das ist immer das Zauberwort, wir gehen den konsequent weiter und das würde ich den Herrn und das würde ich ihnen einfach wünschen, dass es von Erfolg gekrönt ist. Und eine hundertprozentige Sicherheitssimi, das weißt du, das gibt es einfach nicht. Es gibt es nicht, dass du den Spieler holst und hundertprozentig sagen kannst, der schlägt mir jetzt hier ein. Ja, du hast vollkommen recht und ich würde da auch nochmal zustimmen wollen. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, also das ist die Transferphilosophie des VfB. Misslinn hat zieht den Weg durch, deswegen kann ich es total nachvollziehen. Ich habe trotzdem wirklich eher mit einem klassischen Transfer gerechnet, wirklich einen gestandenen Bundesliga-Profi zu holen, der vielleicht in Anführungszeichen eine Soforthilfe darstellen würde. Man weiß ja nie, nachher verletzt er sich und dann ist es eh egal, aber sei es drum. Danny, du kamst aus dem Urlaub zurück und ich glaube, eine deiner ersten Amtshandlungen wieder war, du hast so ein bisschen die Transferphilosophie auch von Misslinn hat so ein bisschen beleuchtet. Jetzt ist ja die Kaderplanung abgeschlossen des Transferfensters zu. Es kann nur noch quasi in andere Ligen gewechselt werden, wo das Transferfenster noch offen ist. Kempf wurde ja diskutiert, Berlin ist jetzt doch geblieben. Eine ein oder andere Laie von Nathai und Co. wurde diskutiert, ist doch jetzt auch geblieben. Enzo Milo wurde noch geholt, junger Spieler von Juventus Turin, glaube ich. Und ja, wie schätzt du das jetzt grundsätzlich ein? Wir haben jetzt den Kader, der VfB hat den Kader, geht in die Bundesliga-Saison, sind viele Verletzte. Deine Meinung? Große Frage. Was soll ich dazu sagen? Also ich bleibe dabei bei dem, was ich schon erwähnt habe. Ich finde den Weg gut. Der ist charmant, der hat Reiz, der ist mutig und er hat Risiken. Du hast sie skizziert. Wir haben jetzt wieder eine ganz, ganz junge Kaderstruktur und was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat, ist, dass in Mannschaftsbereichen Probleme aufgetreten sind, die nicht jeder sofort auf dem Schirm hatte. Ich denke da an die Defensive. Da dachte, glaube ich, jeder, okay, mit Flo Müller einen super Torwart geholt. Die Dreierkette ist eingespielt. Jetzt sind es schon acht Gegentore nach drei Spielen. Das stimmt mich ein bisschen sorgenvoll. Und ja, es ist eben immer eine wichtige Frage, wie schnell kommen die nächsten Entwicklungsschritte? Und wenn du so viele junge Spieler im Kader hast, wie es eben der VfB hat, ist das die zentrale Frage eigentlich. Wie schnell entwickeln sich diese jungen Spieler? Enzo Mio und so weiter und so. Aber auch die anderen Spieler, die im Kader schon sind und schon ein bisschen ein Standing haben, so Typen wie Tanguy Koulibaly zum Beispiel, Roberto Massimo. Wie schnell entwickeln die sich weiter? Und damit steht und fällt, glaube ich, dieses Projekt Klassenverbleib. Und hinzu kommt eben in diese eh schon etwas komplizierte Gemengelage diese Verletzungsthematik. Wir brechen halt mit Karlajcic einfach mal so 15, 18, 20 Tore weg. Und das fängst du nicht einfach so auf. Dann kommt noch Silas hinzu. Das fängst du auch nicht so auf. Und was viele vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, ist dieser langwierige Ausfall von Aurel Mangala. Man hat jetzt, finde ich, ich habe die Spiele nicht in Gänze gesehen, aber ich habe es mir sagen lassen und ich habe auch selber ein paar Eindrücke gewonnen. Diese wunderbare Doppelsechs, Endo Mangala, die den VfB durch die letzte Saison und auch schon das Jahr davor getragen hat, die war gesprengt. Endo, wahnsinnig viele Spiele in den Knochen, dennoch mit Top-Statistiken. Also der wirkt auf mich jetzt nicht irgendwie überspielt oder platt, sondern wenn man sich seine Werte anschaut, der läuft genauso viel, der gewinnt genauso viele Zweikämpfe, der hat eine genauso gute Passquote wie in der letzten Saison. Was man aber merkt, ist diese eminent wichtige Rolle, die Aurel Mangala einnimmt, auch an der Seite von Vataro Endo. Dieses Tandem ist so eingespielt. Die kennen sich. Die sind so zweikampfstark, spielstark. Die sind einfach die Schlüsselspieler im Gebilde des VfB Stuttgart und deswegen, wir können viel über die Transferstrategie und alles Weitere sprechen. Wichtig ist in dem Kader auch immer, dass eine Struktur da ist und eine Hierarchie und die hat der VfB, denke ich, mit so ein paar Schlüsselspielern, vor allem in dieser zentralen Position vor der Abwehr auf der Doppelsechs. Und man hat jetzt eben wahnsinnig gesehen, dass der Vataro Endo das nicht alleine lösen kann. Ich glaube, der Philipp Klement hat da mal gespielt. Der hat nicht die defensive Stabilität, die ein Aurel Mangala hat. Der hat nicht diese Pressing-Resistenz, die ein Aurel Mangala hat. Und deswegen glaube ich, wird es zum einen, ich habe es gesagt, die Entwicklungsschritte sind ganz wichtig und zum anderen ist es, glaube ich, von ganz großer Bedeutung, wann kann der Aurel Mangala wieder angreifen und hält der Vataro Endo das weiter so durch, wie er das bis jetzt macht. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele der jetzt dieses Kalender ja schon wieder in Knochen hat. Wir kommen jetzt, glaube ich, gleich auch dann zum Themenblock Länderspiele. Also bei dem ist ja immer die Problematik, wenn der ein Länderspiel hat, dann fliegt der nicht nach Paris oder nach Rom, dann fliegt der eben in die Mongolei oder auf die Fidschi-Inseln. Und diese Reisestrapazen und dann mit dem Wissen, der Mann hat vier Kinder daheim. Also Wahnsinn, kann ich nur meinen Hut vorziehen. Aber das ist so eine ganz komplizierte Gemengelage. Und ich habe die Frage, die du mir gestellt hast, schon wieder ganz vergessen. Aber ich glaube, Entwicklungsschritte, wie kommen die und wie schnell sind die Verletzten wieder da und auch auf dem Level? Weil von der Illusion, dass ein Sascha Kalajdzic dann vielleicht zur Rückrunde oder Ende des Jahres einsteigt oder Silas auch, auch Mangala, dass die wieder zurückkommen und dann sofort bei 100 Prozent sind, davon müssen wir uns auch verabschieden. Das ist auch ganz klar. Die brauchen dann ein bisschen, um da wieder reinzukommen, Wettkampfhärte, gerade im Bundesligaspielbetrieb. Und jeder, der glaubt, im November trainiert der Silas wieder mit und dann im Dezember hat er schon acht Kisten auf dem Konto stehen. Das wird nicht so sein. Das wird einfach nicht so sein. Das können wir ausschließen. Ja, Danny, da will ich gar nicht groß dazu sagen. Ich glaube, mir würde es nicht besser einfallen, als das, was du gerade hier dargelegt hast. Du hast es richtig angesprochen. Wattaro, Endo, Riesenpensum. Und dann leite ich jetzt ganz charmant über zum nächsten Themenblock, nämlich die Länderspielpause. Ja, das sehe ich auch als riesen Problempunkt an. Ich meine, der VfB kann froh sein und stolz sein. Ich erinnere mich an Zeiten, da hat der VfB so gut wie gar keine Nationalspieler abgegeben. Jetzt ist es so langsam mal wieder so, dass der VfB wirklich sechs, sieben, acht Nationalspieler im Schnitt in den Länderspielpausen abgibt an ihre Teams. Und da gibt es ja einige jetzt. Du hast es gerade angesprochen, Wattaro, Endo, der hier in Oman fliegt und gegen China spielt und was auch immer hier durch die Weltgeschichte reist. Wir haben Bona Sosa für Kroatien natürlich, Dinos, Mafropanus, Griechenland und dann unsere Juniornationalspieler Roberto Massimo für die Deutschen, Ömer Bejas Türkei, Wahid Fagir der Neuzugang für die Dänen und Clinton Mola für die U20 von England quasi. Also es sind sieben Profis, die jetzt unterwegs waren und ich glaube, was es nicht besser macht für den VfB und auch für die VfB-Fans, ist neben den Verletzungen, die es eben aktuell schon gibt, nämlich diese Strapazen der Nationalspieler. Und es ist jetzt eben nicht nur so, dass irgendwie hier Wattaro, Endo gefühlt hier fünf Minuten Einsatzzeit bekommen hat und Dinos, Mafropanus mal im dritten Spiel eingewechselt wurde. Nein, die haben alle 90 Minuten durchgespielt. Bona Sosa für Kroatien, Endo für Japan, Dinos, Mafropanus für Griechenland. Und auch Roberto Massimo hat beide Spiele für die Deutsche U21 absolviert. Also das ist ein riesen Pensum, was die Spieler da leisten müssen. Und es war jetzt ja auch immer Thema Corona, Corona-Saison, enger Terminkalender. Und also jetzt Frankfurt hier am Sonntag, das wird schon eine enge Kiste. Sind die alle fit? Sind die auf dem Level? Auch in Bona Sosa, drei Spiele, Debut für Kroatien. Wahrscheinlich im siebten Himmel, kommt jetzt wieder nach Stuttgart. Für mich ist das super, super schwierig, da als Profi im Kopf umzuschalten. Und ich habe da schon ein bisschen Bauchschmerzen jetzt, dass der VfB wieder so viele Profis abgibt an die Länderspiele. Ja, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich auch. Und bei Sosa war es so, zwei Spiele gemacht, das dritte Spiel dann pausiert. Mafropanus aber zum Beispiel, dreimal 90 Minuten durch, Endo zweimal. Ja, du hast es ja genannt, das ist so, dass die jetzt eben halt alle auch ein bisschen nach und nach eintrudeln. Also es gibt die EU-Nationalspieler, Massimo und Co., die sind seit Donnerstag schon wieder in Stuttgart, trainieren auch schon wieder mit der Mannschaft. Aber Spieler wie Endo, wie Mafropanus, der am Mittwochabend noch mit Griechenland gekickt hat, die steigen jetzt erst am Freitag wieder ein. Und der Pellegrino Matarazzo, wir nehmen ja heute freitags auf, heute war Pressekonferenz, der hat schon so gesagt, ja, das ist jetzt gut, dass wir Sonntag spielen, weil wir dann einen Tag mehr haben. Regeneration, langsam wieder ranführen. Und ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei Spielern, die so wie Mavropanus gerne mal diese kleineren Wehwehchen haben. Der wurde ja auch ausgewechselt gegen Freiburg dann. Ich glaube, Rückenprobleme war es. Oder Hüfte. Weißt du, und dann schmeißt du die da in diese Knochenmühle rein, da mit diesen Reisestrapazen und nochmal dreimal 90 Minuten. Und dann spielen die halt gegen Frankfurt. Das wird auch ein wahnsinnig intensives Spiel werden. Also ich sehe da schon auch die Gefahren. Andererseits, du hast es eingangs skizziert. Also es gab auch Zeiten, da war Trainingsbetrieb an der Mercedes-Straße während der Länderspielpause ganz normal. Jetzt muss halt aufgefüllt werden mit U-Spielern. Beziehungsweise selbst im Nachwuchsbereich sind ja auch in den Länderspielunterbrechungen sehr, sehr, sehr viele Profis unterwegs. Und das ist ja mal generell, das ist ja das Ziel. Also die müssen das ja schon auch ein bisschen forcieren eigentlich, dass sie Nationalspieler in ihren Reihen haben. Es ist halt gerade so, dass du mit, ich nenne immer wieder gerne die Personalie Endo, irgendwann ist halt ein Limit erreicht. Also wenn der hier irgendwann mal im Dezember bei 50 plus Pflichtspielen ankommt in den Knochen, irgendwann sagt der Körper Stopp. Und da geht es halt ganz, ganz entscheidend darum, wie wird die Belastung gesteuert in der Trainingswoche. Und da wiederum ist der VfB, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Da wird eine gute Arbeit gemacht. Und das ist wiederum die Hoffnung, die die Fans dann haben, dass diese Länderspielunterbrechungen das sind, was sie sein sollen, nämlich eine Belohnung für diese Spieler. Aber gerade Bonas Sosa, überleg doch mal, wir hatten das auch mal thematisiert, dieses Wechseltheater. Jetzt hat man ihn verziehen. Er hat gespielt. Ich habe die Spiele nicht gesehen, aber wird es schon irgendwie ordentlich gemacht haben. Der kommt doch mit dem Strahlen nach Hause. Da nehmen die doch auch ein bisschen Schub mit. Ich glaube eher nicht, also ich meine mal von einem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Ex-Spieler, Schweinsteiger oder so, der hat immer gesagt, ja, ich habe lieber gespielt wie trainiert. Und deswegen war ihm diese Länderspielunterbrechungen in An- und Abführung für sie ist es ja dann keine Länderspielunterbrechungen. Denen war das immer lieber. Die haben dann lieber mit ihrer Nationalmannschaft gespielt, 90 Minuten gespielt, als dass sie zu Hause waren und irgendwelche Stabi-Übungen machen mussten. Ich glaube deswegen, ja klar, es ist immer auch ein gewisses Risiko dabei, dass sich jemand verletzt. Das ist jetzt Gott sei Dank beim VfB nicht passiert. Alle sind zumindest heil wiedergekommen. Niemand mit einer schwereren Verletzung. Und deswegen, Simi, können wir, glaube ich, auch den Ausblick auf den Themenblock 4 in Angriff nehmen. Ausblick auf Frankfurt am Sonntag, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, Länderspielpause können wir abhaken. Wir haben alles besprochen. Und ich wollte dich eh schon cashen. Du hast ja gerade schon gesprochen über Pellegrino Matarazzo jetzt auf der Pressekonferenz. Wir nehmen heute auf, Freitag um 11.30 Uhr. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. War ja heute die Spieltags-Pressekonferenz mit Rino. Du warst da vor Ort, Danny. Was sagt der denn jetzt? Ich meine, klar, Sonntag, Frankfurt, ein Gegner, den ich auch nicht richtig einschätzen kann, Trainerwechsel, bester Stürmer verloren mit André Silva, haben jetzt nicht so gut performt in den ersten Spielen, haben jetzt auch Druck auf den Kessel und der VfB hat auch Druck. Wer hat mehr Druck, Danny? Was hat Rino gesagt und wie schätzt der Frankfurt ein? Der Rino, der hat gesagt, die haben auch Feuer unterm Arsch. Mit Betonung auf auch. Es war interessant, weil ich hatte ihn wirklich auch nochmal gefragt, so wie er das einschätzt, jetzt Bedeutung, ist das ein wegweisendes Spiel, weil danach kommt Leverkusen, dann Bochum, da könnte man ja dann auch schon ein bisschen Unterzugzwang sein vielleicht. Das hat er wie immer weggelächelt, denkt von Spiel zu Spiel, bla bla bla, wie wir das alle kennen. Aber dann diese Aussage, da ging es dann um den Gegner, um Eintracht Frankfurt, dass das ein intensives Spiel werden wird, dass sie da Power reinlegen müssen. Und eben, dass die aus den von dir genannten Gründen, dass die Feuer, auch Feuer unterm Arsch haben, was ja impliziert, da brennt es jetzt noch nicht. Klar, aber denen ist es schon auch bewusst. Die wissen doch auch genau, was die Stunde geschlagen hat. Frankfurt noch sieglos, jetzt das Theater mit Younes, mit Kostic und Co. Dennoch ist es natürlich eine brandgefährliche Truppe, ein guter Trainer an der Seitenlinie. Aber natürlich kann man das auch für sich nutzen. Wenn man da hinkommt, weiß, es ist ein bisschen aufgeheiztes Druck auf dem Kessel. Wenn du mich fragst, wer mehr Druck hat, würde ich sagen, Frankfurt hat mehr Druck. Und dann geht es darum, du musst sofort da sein, du musst das Spiel sofort annehmen, erste Viertelstunde mal überstehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Frankfurter, wie haben wir sie früher genannt, mit Kostic, Rebic und Co., die Büffelherde, Haller war noch dabei, dass die erst mal in der Manege losmarschieren werden. Es sind ja auch ein Haufen Zuschauer zugelassen da im Waldstadion. Heißt es nur Waldstadion? Heißt wahrscheinlich es irgendwie anders. Wahrscheinlich heißt es die Commerzbank Arena. Ja, vermutlich. Aber auf jeden Fall geht es darum, da muss man robust sein als VfB. Und nicht wie gegen Freiburg, also erst mal wieder 30 Minuten lang. Ach so, wir spielen schon. Oh, scheiße. Das geht natürlich nicht. Wir haben es angesprochen. Ich habe die Wichtigkeit der Personalie Mangala angesprochen. Er wird aller Voraussicht nachher im Kader sein. Er trainiert wieder voll mit, aber noch keine Option für die Startelf. Er hat gemeint, der Trainer, ja, so eine halbe Stunde könnte er ihm schon zutrauen. Aber er wird definitiv nicht von Anfang an spielen können, was die Frage offen lässt, wer spielt auf der Doppelsex. Da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht. Und Simi, ich komme zu dem Schluss. Ich glaube, ich würde gegen Frankfurt lieber den Atakan Karasor auf der Doppelsex sehen als beispielsweise den Philipp Klement. Karasor defensiv, sehr stabil, sehr robust im Zweikampf, kopfballstark. Würde ich mir gegen diese sehr intensiv spielenden Frankfurter, glaube ich, eher in dieser zentralen Position wünschen als den Philipp Klement. Schöngeist ist jetzt ein böses Wort, aber er ist einfach nicht so robust. Oder wie siehst du es? Wen würdest du da aufstellen auf der Doppelsex? Weil Endo ist gesetzt. Da sind wir uns beide einig, denke ich. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren mit Endo. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, weil genau das Gleiche wollte ich gerade auch sagen. Du hast nur weitergeredet und ich wollte nicht dazwischen gräzen. Ja, es ist Fakt. Also für mich ist Frankfurt auch eine der intensivsten Mannschaften. Die spielen einen superintensiven Fußball. Die gehen ständig ins Gegenpressing. Die sind sehr körperlich. Körperlich viele hohe Bälle, auch viele Luftzweikämpfe da hinten drin mit Hinterecker und Co. Die flexen dich mal hüfthoch im Mittelkreis weg. Also das ist wirklich eine eklige Mannschaft, die sehr, sehr körperlich spielt. Und da wollte ich gerade auch die Doppelsex ansprechen. Ich sehe da auch einen Wechsel auf der Doppelsex. Ich meine, Atakan Karasor hat die letzten beiden Spiele verletzungsbedingt gefehlt. War eh kein Thema. Aber mir hat Philipp Klement gegen Frankfurt sehr, sehr gut gefallen. Aber die anderen beiden Spiele eben nicht mehr. Da ist er wieder so untergetaucht. Und wenn ich mir dann einen Sechser wünschen würde, der gegen diese körperlichen Frankfurter dagegen hält, der in die Zweikämpfe geht, der sich reinwirft, dann sehe ich auch eher Atakan Karasor als Philipp Klement beispielsweise im Sturm. Und äh, im Sturm, im Mittelfeld. Und jetzt wollte ich den Sturm ansprechen. Deswegen habe ich gerade schon Sturm gesagt. Genau, wen siehst du da im Sturm? Hamadi vorne drin, ein Brecher gegen Hinteräcker? Nein, ich glaube nicht, dass, also ich tue mir super schwer, weil Hamadi hat einfach eingenetzt gegen Freiburg, hat ein Tor vorbereitet auch, hat es wirklich auch gut gemacht. Aber ich glaube, wenn man jetzt das Spiel betrachtet, auswärts in Frankfurt, Frankfurt hat Druck. Frankfurt ist körperlich eine Mannschaft, die viele Zweikämpfe sucht. Warum gehst du diesen Zweikämpfen nicht aus dem Weg, indem du schnelle, quirlige Spieler in der Offensive ausstellst? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vorne mit Koulibaly und Klimowitz auch spielt, dass zwei flinke, schnelle, wendige Spieler vorne im Zentrum Wirbel machen, weil wir wissen, es ist beide Hinterecker und wer spielt da noch? Il Sankar und die ganzen anderen Kursorten, ja, die haben Probleme mit schnellen, wendigen, kleinen Spielern. Und wenn du da vorne einen Hamadi Al-Ghadoui reinstellst und quasi mit langen Bällen und als Wandspieler agieren willst, mit Klatschen, Gehen und Passen, ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist für Frankfurt. Und ich kann mir vorstellen, dass Pellegrino Matarazzo da in der Offensive einen Wechsel vornimmt, indem er eben junge, frische, schnelle, wendige, kleine Spiele aufstellt, als einen doch auch erfahrenen, einen schwerfälligeren Hamadi Al-Ghadoui. Oder würdest du mir widersprechen? Nee, ich würde dir nicht widersprechen, aber während du ausgeführt hast, willst du da vorne drin Bewegung haben, aber trotzdem brauchst du Intensität. Ömer Beyers, also der Junge durfte noch nicht spielen für den VfB, war ja die Spielberechtigung noch nicht da, weil er unter 18 war. Jetzt ist er einsatzbereit und der verkörpert ja quasi all das, was du gerade gesagt hast. Der ist super im Eins-gegen-Eins, der ist aber auch wahnsinnig gut im Gegenpressing. Der Pellegrino Matarazzo hat den heute auf der PK eine kleine Kampfmaschine genannt. Eine kleine Kampfmaschine auf der Zehn, so war, glaube ich, das wörtliche Zitat, weil Beyers ist ja kein Stoßstürmer, sondern eher so vielleicht auch auf der Achterposition zu finden, im Zentrum da. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir den am Sonntag zum ersten Mal im VfB-Dress sehen, eben weil du es super skizziert hast. Andererseits, beziehungsweise, was heißt andererseits, das eine schließt das andere nicht aus, vorne drin den Hamadi Al-Ghadoui zu haben als Wandspieler, als Anspielstation, auch bei defensiven Standards, Kopfballstärke, ist vielleicht auch keine schlechte Herangehensweise. Der Pellegrino Matarazzo hat noch den Neuzugang Mahmoush genannt, Oma Mahmoush, so hat er gesagt. Der ist absolut eine Option für die Startelf. Er hat gesagt, der hat schon einen guten Draht zur Mannschaft gefunden. Er war jetzt die Länderspielpause da, konnte fleißig trainieren. Also ich glaube, da ist sehr viel Spielraum da. Und wenn wir uns überlegen, worüber wir anfangs gesprochen haben, oje, Verletzungstheimatik, was für eine Auswahlmöglichkeit der Pellegrino da hat, super. Also da kann er jetzt wirklich spielen, kann sich anschauen, wer ist fit, wer gibt ihm nochmal gute Eindrücke dann im Abschlusstraining, was wird wichtig sein gegen diesen Gegner. Und bei deinen Ausführungen vorhin, da habe ich gedacht, Bayers, ich glaube, den Bayers da irgendwo im zentralen Mittelfeld als Achter, das hätte Charme, wäre ich sehr gespannt, weil ich habe den gesehen in der Vorbereitung. Und Wahnsinn, da war der ja noch 17. Und der hat da rumgewühlt auf dem Platz, war giftig und präsent. Also in dem Alter, ich war wirklich geflasht. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht mit dieser Spielberechtigung. Und ich glaube auch, dass wenn der schon hätte spielen dürfen, dann hätte der schon gegen Fürth, Freiburg, Leipzig oder so, wäre der auf dem Platz gestanden. Siehst du ihn in der Startelf? Jetzt am Sonntag? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Also das Problem ist ja immer, wir dürfen ja noch nicht so viel Training schauen und so, deswegen fehlen uns da ein bisschen so die Eindrücke. Aber wenn wir mal so für uns diese Anforderungsprofile definieren, du hast es getan, fände ich jetzt Bayers passender als Klimowitz oder Koulibaly. Ja, ich hatte Bayers gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, genau aus den Gründen, weil er jetzt eben die ersten drei oder vier Spiele plus DFB-Pokal ausgefallen ist. Genau. Aber ja, wenn wir das Anforderungsprofil durchgehen und wir sprechen von Jungen, von hungrigen, von heißen Spielern, die richtig heiß sind aufs Spiel, die richtig Gas geben, die wühlen, dann ist Ömer Bayers auf jeden Fall ein Kandidat, der vorstellbar ist für die Startelf. Überleg doch mal, der hat mit 16 Jahren für Fenerbahce gespielt, Derbys in Istanbul, war Kapitän, meine ich sogar. Krass. Also wenn einer intensive Spiele kann, dann der. Ja, weil also gegen so ein Istanbuler Derby ist ja das Spiel Stuttgart gegen Frankfurt ist ja das Kindergeburtstag, Ringelpiez mit anfassen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst, Danny, um vielleicht jetzt nochmal die Kurve zu kriegen. Also Frankfurt ist ein super intensiver Gegner, die sehr körperlich agieren. Ich denke, im Zentrum wird es einen Wechsel geben mit Karasov für Klement. Ich denke, die Dreierkette und auch die Außen, die werden gleich bleiben. Und dann sehe ich eben vorne den Wechsel zu kleinen, quirligen, bändigen Spielern, die richtig Bock auf Wühlen vorne drin haben. Das sehe ich kommen. Und deswegen, glaube ich, haben wir doch den Gegner Frankfurt jetzt ganz gut abgefestert, ganz gut zusammengefasst. Danny, du bist für uns im Dienst am Sonntag. Du wirst arbeiten, du wirst deine Texte wie immer schreiben. Du warst jetzt auch lange raus. Hast du mal wieder Bock, VfB-Spiel zu schauen und drüber zu schreiben? Ja, absolut, definitiv. Also ich habe ehrlicherweise auch nicht viele Bundesliga-Spiele gesehen. Aber ich habe mir, was war es, Hoffenheim in Dortmund, das letzte Freitagsspiel vor der Länderspiel, das habe ich komplett angeschaut. Und das war ja ein super Fußballspiel. Und da habe ich mir gedacht, alles wird super, wenn du jetzt VfB wieder im Einsatz bist und auch drüber schreiben darfst. Weil das muss man ja vielleicht für die Zuhörerinnen und Hörer mal sagen. Also bei mir ist es zumindest so gedanklich, wenn ich dann das Fußballspiel gucke. Ich denke dann immer mit, wie wäre das jetzt, wenn ich darüber schreiben müsste? Also was wäre die Zeile? Was für ein Foto? Was würde ich wie gewichten? Thema Einzelkritiken, kriegt der Haaland jetzt einen Einser oder was? Irgendwie kriegt er es nicht so gut abgeschaltet. Deswegen super, ich kann jetzt am Sonntag endlich mal wieder loslegen und muss nicht nur in der Theorie Einzelkritiken verfassen oder mir Gedanken über die Zeile machen, sondern darf jetzt endlich mal wieder aus dem Stall. Aber jetzt muss ich dich trotzdem noch quälen. Ich schone dich jetzt nicht. Du bist jetzt aus dem Urlaub wieder da. Erstes Spiel, die anderen, George Moisides, Dennis Bayer, Ron Merz sind auch nicht davon gekommen. Tippen, Danny. Wir müssen, es tut mir furchtbar leid, ich hätte weder das 5-1 getippt gegen Fürth, ich hätte auch nicht das 0-4 getippt gegen Leipzig. 3-2 Freiburg, Tendenz vielleicht. Aber ich lag natürlich, außer beim Fürth-Spiel, lag ich grandios falsch bei allen Spielen. Haben Georgie und Dennis richtig getippt? Nee, also Fürth, George und ich haben Fürth natürlich beide getippt, aber nicht das richtige Ergebnis. Dennis hat, glaube ich, einen Unentschieden getippt gegen Leipzig, ich eine Niederlage, also ich habe die Tendenz richtig gehabt. Und Ron und ich haben, glaube ich, beide auf dem VfB gegen Freiburg getippt. Auf jeden Fall nicht eine Niederlage. Also das bedeutet, Druck ist gar nicht so groß, weil wir grandios verkacken können in den ersten drei Spielen. Druck ist nie groß bei unseren Tippresultaten. Also, hau raus. Ja, keine Ahnung, schwierig. Ich tippe auf den Unentschieden. 2-2, umkämpftes Spiel, viele Strafraumszenen. Vielleicht eine Wunschvorstellung. Danny, hat das gar nicht, ich kriege bestimmt wieder Hass ab, aber die Frankfurter haben den größeren Druck. Die Frankfurter müssen Heimspiel noch ohne Sieg. Neuer Trainer, viele neue Mannschaft. Kostic will es beweisen, hat jetzt echt Riesentheater gehabt. Frankfurt gewinnt. Die müssen gewinnen, die wollen gewinnen, die müssen. Und deswegen tippe ich auf einen, ja, ich tippe auf einen 2-1-Sieg für Eintracht Frankfurt. Ja, jetzt, wo ich es ausspreche, denke ich mir, ja, aber nee, ich bleibe da bei 2-1 für Frankfurt. Frankfurt muss, Frankfurt ist giftiger. Frankfurt spielt zu Hause, neuer Trainer. 2-1 Frankfurt. Danny, dann würde ich sagen, wir haben eigentlich alles abgehakt, was hier auf unserem schlauen Zettel steht, in unserem Word-Dokument, das wir uns vorher geschickt haben. Nächste Woche ist es so, da kriege ich mal eine Pause. Also nächste Woche nehmen wir natürlich auch wieder auf, vor dem Leverkusen-Spiel. Aber da bin ich raus, Danny, und du hast was ganz Besonderes vorbereitet, richtig? Ja, wir haben uns ja überlegt, ob wir das jetzt schon sagen, was wir nächste Woche machen oder ich nächste Woche mache, und haben uns gedacht, wir halten die Spannung hoch. Also es gibt nächste Woche einen Gast, einen Gast, den ihr sicherlich auch alle kennt, und der mir hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, der wird sehr viele interessante Themen mit im Gepäck haben. Und wir wollen euch mal ein bisschen im Dunkeln lassen, sodass ihr euch ein bisschen freuen könnt. Geplant ist auch, dass die Folge ein bisschen früher kommt, vielleicht schon am Mittwoch. Freut euch einfach drauf, auch wenn es nicht der Simeon ist. Aber ich freue mich sehr auf diese Folge, auf diese Aufnahme. Kennt den jetzt auch schon länger, denjenigen. Soll ich jetzt noch weiter über denjenigen reden, solange ein bisschen jemand identifizieren kann? Nein, das wird super, das wird großen Spaß machen, wie es immer großen Spaß macht. Und mir hat es heute schon wunderbar Spaß gemacht. Ich bin quasi warm gequatscht, behalte mir das jetzt bei und bin dann startklar für so ein bisschen eine Sonderfolge nächste Woche. Das klingt gut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Danny, danke, schön, dass du wieder da warst. Schön, mit dir zu quatschen, wieder über den VfB. Das war's, Leute, für heute. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Wie immer, gebt uns Feedback, schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir sind immer angewiesen, auch auf eure Rückmeldungen. Denny's Texte am Sonntag findet ihr wie gewohnt auf Twitter, Social Media und natürlich auf zvw.de slash vfb. Danny, viel Spaß am Sonntag. Ich werde es mir auch anschauen, privat werde es mir reinziehen. Und abends, muss ich sagen, steht dann NFL an. Es geht wieder los. Jeden verdammten Sonntag habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich zugeben. Und dann wird es ein richtig schöner Sportsonntag. Da freue ich mich schon drauf. Danny, vielen Dank dir. Mach's gut und viel Spaß am Sonntag. Den werde ich haben. Danke, ciao. Tschau. 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 Tau. 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 Vielen Dank.